Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Friedrich & Partner Vermögenssicherung und heute mal mit einem politischen Thema, welches aber auch direkt Auswirkungen auf die Finanzwelt haben wird, nämlich den US-Präsidentschaftswahlen, die morgen stattfinden werden und nichts anderes sind als eine Entscheidungswahl. Wir dürfen nicht vergessen, die USA sind immer noch die Wirtschaftsmacht Nummer 1 und besitzen die Weltleitwährung. Also was da passiert, ist für uns alle global tatsächlich essentiell. Es ist eine der wichtigsten Wahlen seit langem und wird entscheiden, in welche Richtung sich die USA bewegen wird. Ich möchte mit Ihnen heute vier Stationen absolvieren. Erstens natürlich den Status Quo. Zweitens möchte ich die Kandidaten vorstellen. Drittens möchten wir gemeinsam uns mal anschauen, wie ist die Trump-Bilanz wirklich. Und viertens wage ich sogar eine Prognose und gebe Ihnen einen Ausblick, was passieren wird, wenn der eine oder andere Kandidat gewählt wird. Die USA hat sich in den letzten Jahren unter Trump massivst verändert. Noch nie war der Keil in der Bevölkerung größer wie aktuell. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist gestiegen. Wir sehen Black Lives Matters und Antifa. Wir sehen Ausschreitungen durch die Corona-Krise mit unter anderem ausgelöst. Und wir sehen, dass der Hass innerhalb der Nationen so groß ist wie noch nie. Es gibt entweder die eine Meinung oder die andere Meinung. Fazit ist tatsächlich, die USA ist so sehr gespalten wie noch nie zuvor in der Geschichte. Unvergessen natürlich die Wahl von Donald Trump 2016, der den damaligen Amtsinhaber und Medienliebling Barack Obama abgelöst hatte, war ein tiefer Schock für die Politik, aber auch für die Medien. Wir erinnern uns damals an das Narrativ in der Presselandschaft, egal wo, egal ob in Europa oder auch in den USA. Hillary Clinton galt eigentlich als die sichere Siegerin. Ich möchte nur mal an die Prognosen erinnern, aber natürlich auch an das legendäre Cover des Newsweek Magazines mit dem Aufdruck von Hillary Clinton und Madam President. Ja, es kam dann doch anders, völlig überraschend. Alle Prognosen lagen falsch, bis auf wenige, aber auf die hat man nicht gehört. Und auf einmal war der Außenseiter der neue Präsident und das große Feindbild auch von vielen Presseorganen. Und seitdem erleben wir natürlich, dass Donald Trump keine Chance gegeben wurde, sich irgendwie zu etablieren. Er war nicht gern gesehen im Weißen Haus und er musste sich seit Beginn seiner Präsidentschaft tatsächlich gegen eine Lawine an Artikeln wehren. Es war ein offener Kampf zwischen den Medien und Donald Trump, zumeist auf Twitter oder halt dann in Artikeln in den Magazinen oder in den Zeitungen. Und ich werde bei so einseitiger, tendenziöser Berichterstattung immer sehr, sehr skeptisch. Und deswegen wollen wir uns heute mal die Daten und Fakten natürlich gemeinsam anschauen. Fakt ist tatsächlich, dass es wohl so aussieht, als ob auch die deutschen Presseorgane und Zeitschriften, Fernsehkanäle nicht wirklich objektiv berichten und sehr einseitig, teilweise sogar tendenziös berichten. Und so ist es genauso wie 2016, dass wir aktuell überall das Narrativ eingebläut bekommen, Joe Biden wird gewinnen und der Trampel Trump wird abgewählt werden. Ist das tatsächlich so? Da bin ich eher skeptisch. Wenn wir sehen, dass die deutschen Fernsehanstalten, ARD, ZDF, aber auch die Zeitungen sich vor allem an CNN, aber natürlich auch an der New York Times und an der Washington Post, die übrigens Jeff Bezos gehört, einem Erzfeind von Donald Trump, orientieren, dann sieht man schon, dass da eigentlich nicht wirklich die USA wiedergespiegelt wird. Denn diese drei Presseorgane sind nicht die USA. Da ist noch viel, viel mehr dahinter und dazwischen. Aber diese Presse-Nachrichten bekommen wir dann eigentlich aufs Brot geschmiert, als ob so die USA komplett denken würde. Dem ist aber nicht so. Was mir auch ein bisschen aufstößt, ist, dass die deutsche Presse oftmals nicht mehr wirklich objektiv berichtet. Also tatsächlich einseitig und tendenziell, wie schon erwähnt. Und es geht eigentlich zu wie im Kindergarten. Ja, also wer ist lauter, wer ist schriller und dann kappeln sich Präsident und die Medien und es ist ein offener Kampf auf offener Bühne, vor der Kamera, egal ob in den USA oder auch sonst wo. Es ist viel zu emotional aufgeladen. Es ist ein richtiger Grabenkampf geworden. Es ist kein Miteinander mehr. Es ist ein Gegeneinander voller Hass. Und die Aversion der Presse gegen Trump ist offensichtlich. Und eigentlich dachte ich immer, dass die vierte Gewalt im Staat die Presse versuchen sollte, objektiv zu berichten und nicht die persönliche Meinung des Autors oder der Journalisten mit reinspielt. Aber das ist wirklich nicht mehr gegeben. Wir sehen hier stark tendenziöse Diffamierung, Stigmatisierung. Unabhängig davon, ich möchte Donald Trump gar nicht in Schutz nehmen, aber es ist einfach zu beobachten, dass hier einseitig berichtet wird. Und das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Und dann entstehen natürlich auch Sachen wie, dass man den Medien mit Fake News nicht mehr glaubt. Und die politische Elite hat ebenso Angst vor ihm, weil er einfach nicht in das Raster des Berufspolitikers passt. Der kam von außen, ist dem politischen Establishment entwachsen, nicht in dem Zugriffsbereich, macht sein eigenes Ding. Teilweise natürlich auch unpopuläre Sachen, aber er hält sogar Versprechen ein, setzt Sachen um, sagt America first, was teilweise verpönt ist. Wobei ich würde eigentlich als Bürger eines Landes auch erwarten, dass sich meine Politiker erst mal für mich oder für mein Land einsetzen und dann alles andere erst machen. Und Journalisten sollten keine Influencer sein, also wie auf Instagram irgendwelche hübschen Mädels oder auf Twitter oder sonst wo, sondern die sollten einfach versuchen, objektiv zu berichten. Natürlich über die Stärken als auch die Schwächen. Und die Bilanz wird es gleich zeigen, dass Donald Trump nicht nur völlig versagt hat, wie oft mal dann propagiert wird, sondern er hat auch einiges aufzubieten, was mich bei der Recherche tatsächlich positiv überrascht hat. Erschreckend war dann auch, dass dann teilweise sogar Zensur passiert ist. Es gab diesen Bericht über den Sohn von Joe Biden, Hunter Biden mit der Laptop-Affäre, Ukraine und China und Bestechung und Gelder und so weiter und so fort. Da möchte ich gar nicht ins Detail gehen, dazu müsste man ein eigenes Video machen. Aber es sieht wohl so aus, als ob der Sohn von Joe Biden durch die Kontakte vom Papi dann durchaus privilegiert war und dass er das ein oder andere Geschäftchen gemacht hat. Also er hat auf gut Deutsch Dreck am Stecken und die haben sich da ein paar Millionen so verdient. Und dieser Artikel von der New York Post, der wurde auf Twitter zum Beispiel zensiert. Und der Gründer und CEO von Twitter, Jack Dorsey, hat sich jetzt auch schon entschuldigt und hat aber auch vor dem Senat teilweise gelogen. Aber Fakt ist, dieser Artikel konnte nicht viral gehen. Und das ist auch wieder ein Eingriff in die Demokratie, in die Meinungsbildung des Souveräns des Bürgers. Und da muss man sagen, das darf nicht sein. Das ist die Gefahr, die wir momentan sehen, dass hier einseitig zensiert wird. Das Gleiche würde ich auch erwarten, wenn Trump natürlich einen Fehler macht. Dann will ich das lesen. Ich will nicht, dass es von Trump oder seinen Lakaien irgendwie zensiert wird. Das ist die Aufgabe des Journalismus, objektiv über die Stärken und Schwächen zu berichten und denen da oben, der Elite, auf die Finger zu schauen, damit wir entscheiden können, an der Wahlurne wollen wir den nochmal wählen oder eben nicht. Glenn Greenwald, einer der bekanntesten Journalisten der Welt und Pulitzer-Gewinner, der bekannt wurde durch Snowden, Edward Snowden, den Whistleblower, hat sogar einen kritischen Bericht über Hunter Biden, also den Sohn von Joe Biden, geschrieben auf seiner von ihm mitgegründeten Plattform, The Interceptor. Und dieser Artikel wurde selbst dort zensiert. Und aus diesem Grund ist Glenn Greenwald dann zurückgetreten, ausgestiegen und macht jetzt sein eigenes Ding, weil er einfach keine Zensur will. Also wir sehen schon eine ganz brisante Entwicklung mit den Medien, wohin die Reise geht. Die Medien haben Trump einmal gelobt, nämlich als Bomben auf Syrien gefallen sind. Ja, tatsächlich kein Spaß. Ob Frau von der Leyen auch ihre eigenen Kinder in den Krieg schicken würden, das sehen wir hier. Können Sie Ihre eigenen Kinder in Auslandseinsätze schicken? Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann, und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Schauen wir uns mal die beiden Kandidaten an bei unserer zweiten Haltestation. Da haben wir auf der einen Seite den demokratischen Kandidaten Joe Biden, 78 Jahre jung, ist schon seit 47 Jahren Berufspolitiker, will es aber jetzt nochmal wissen und will jetzt natürlich alles richtig machen, nachdem er 47 Jahre es nicht gemacht hat. Das ist schon ein bisschen gewagt. Hatten die Demokraten keinen besseren Kandidaten, der vielleicht auch ein bisschen jünger ist. Teilweise wirkt er schon sehr tattrig, fast schon, manche sagen böszüngig, senil, Alzheimer krank. Also er ist nicht mehr wirklich top in Form. Vizepräsidentin soll Kamala Harris werden, die für ihre härtere Gangart in Kalifornien bekannt war. Also, spannendes Duo. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn das das Beste ist, was die Demokraten vorzuzeigen haben, dann weiß ich nicht, ob die Partei noch wirklich Zukunft hat. Joe Biden glänzt natürlich immer noch von seiner Vizepräsidentschaft mit Barack Obama. Diesen Glanz hat er natürlich bis heute und Barack Obama hat sich ja lange zurückgehalten, aber jetzt trete er nochmal richtig auf, wo sie merken, es wird wohl knapp mit den Umfragen und geht raus in den Wahlkampf und versucht natürlich, viele Menschen dahin zu bewegen, Joe Biden zu wählen. Joe Biden hat natürlich auch einige Makel in seinem Lebenslauf. So hat er zum Beispiel den Irakkrieg massiv mit unterstützt, aber auch natürlich in Libyen. Wir wissen, mit seinem Sohn der Ukraine ist was nicht ganz koscher und da hat er bestimmt auch seine Finger drin, auch wenn er da jetzt immer noch dementiert und sagt, nein, da war ich nicht involviert und da ist gar nichts. Aber da wäre ich jetzt eher skeptisch, dass er nicht davon Bescheid wusste und nicht den einen oder anderen Kontakt erstellt hat. Biden fordert den landesweiten Lockdown, fast schon den Sozialismus und ist ein Freund der Finanzindustrie. Das Politico Magazin hat auch aufgezeigt, dass Biden dreimal mehr Spendengelder von der Wall Street bekommen hat, als Trump, nämlich knapp 900.000 Dollar, während Trump knapp unter 300.000 Dollar läuft. Biden hat auch ein Gesetz mit verabschiedet, das es ermöglicht hat, die Gefängnisse in den USA zu privatisieren. Da gibt es einen schönen Artikel in The Intercept, wie vorhin schon erwähnt, ein von Glenn Greenwald gegründetes Magazin, die aufgezeigt haben, wie eng die Bande ist zwischen Joe Biden und dem Chef von einem der größten Unternehmen in dem Bereich, nämlich Sentine Michael Neidorf, der davon massiv profitiert hat und der jetzt auch einer der größten Geldgeber von Joe Biden ist. Also wie gesagt, man muss immer nur dem Geld folgen, follow the money und dann wissen sie schon, wohin die Reise gehen wird. Und nochmal auf die Kriege zurückzukommen, wir wissen ja damals, Barack Obama war noch nicht mal gewählt, der hat auch schon den Friedensnobelpreis bekommen. Und wir wissen alle, dass natürlich dann der Irak-Krieg als auch der Libyen-Krieg auf die Kappe von Barack und Joe Biden ging. Syrien war vorher eigentlich eines der Vorzeigeländer des Nahen Ostens und Arabiens. 98 Prozent der Mädchen gingen zur Schule, man hatte eine Schulpflicht, es gab kaum Menschen, die nicht lesen oder schreiben konnten. Und jetzt ist man massiv abgestürzt durch diesen jahrelangen Bürgerkrieg. Das Land ist eigentlich komplett zerstört. Libyen war auf dem Human Development Index auf Platz 53 vor Russland, China, Brasilien und so weiter und durch den Krieg jetzt abgerutscht auf Platz 110. Auch da natürlich jetzt in den Fängen von irgendwelchen Clans. Auf Jahrzehnte lang ist das Land wahrscheinlich verloren und wird sich erst wieder berappeln müssen. Auf der anderen Seite Donald Trump, der Außenseiter, der Immobilientycoon, kam aus dem reichen Stall, hat aber auch viel Geld als Selfmade-Millionär verdient, besitzt rund zwei Milliarden, ist kein typischer Berufspolitiker. Vielleicht haben deswegen auch das ein oder andere Magazin auf dem Kieker, weil er nicht einzuordnen ist. Er ist unberechenbar, er ist impulsiv, er ist polarisierend natürlich, er ist ein Populist, muss man einfach sagen. Und was er da bei Twitter macht, teilweise wirklich grenzwertig, kann man nur den Kopf schütteln. Aber vielleicht spielt er auch damit, man weiß es nicht. Also ich habe im Buch geschrieben, entweder Genie oder Absoluter Blender und es wird die Zukunft zeigen. Erst im Rückspiegel der Geschichte werden wir sozusagen sehen, was wirklich Trump wollte, in welche Richtung das Ganze ging. Ja, Trump wurde gewählt, weil er gesagt hat, hey Leute, egal ob Demokraten oder Republikaner, die haben in den letzten Jahrzehnten immer den gleichen Scheiß gemacht und verzapft und haben ihre Wahlversprechen nicht eingehalten und ich werde es anders tun. Hm, stimmt das wirklich? Schauen wir uns mal die Bilanz auf der dritten Haltestation an, nämlich die Bilanz von Donald Trump. Er wirkt ja immer mit dem schönen Slogan, promises made, promises kept. Also ich habe Versprechen abgegeben vor der Wahl und ich habe sie auch eingehalten. Ist dem tatsächlich so? Eines seiner größten Wahlversprechen war ja unter anderem, die Steuern zu senken. Auf 15 Prozent und zwar nicht nur für die Superreichen, sondern für die Mittelständler, für die Menschen. Und ich würde sagen, er hat es eingehalten. Er hat die Steuern tatsächlich von über 30 Prozent gesenkt auf durchschnittlich 21 Prozent und dadurch auch einen Wirtschaftsboom ausgelöst. Er hat neue Jobs versprochen. Auch das war wahr, bis natürlich Corona kam. Es wurden jedes Jahr zwei, drei Millionen neue Jobs in seiner Amtszeit aufgebaut und dann durch Corona natürlich wieder entzogen. Aber nichtsdestotrotz, er hat es auch da, war er wirklich auf Track Record, hat er sich daran gehalten, was er gesagt hatte. Er hat das Handelsabkommen mit China tatsächlich sozusagen aufgelöst. Seitdem ist man da im Knatsch miteinander. Er ist wie versprochen aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen, aus der WHO ausgestiegen, also der Weltgesundheitsorganisation. Er hat das NAFTA-Abkommen mit Kanada und Mexiko neu verhandelt, abgeschafft, wurde ersetzt durch das USMCA. Und er hat tatsächlich das TPP, das Transpazifische Handelsabkommen, aufgelöst und das wurde jetzt ja nun neu verhandelt. Also da hat er auch wieder sozusagen geliefert. Er hat immer gesagt, America first. Also ich möchte Arbeitsplätze nach Hause bringen, hat er gemacht. Er möchte wieder Unternehmen zurückbringen, ist auch passiert. Ja, teilweise natürlich auch mit Drohungen, mit Zöllen und so weiter. Aber Fakt ist, auch da hat er tatsächlich geliefert. Und ich finde es nicht negativ, wenn ein Politiker sein Land oder das Wohlergehen seiner Bürger an vorderster Stelle als oberste Priorität setzt. Auch das wäre mal schön, wenn wir das mal vielleicht bei uns sehen würden, weil das bei uns irgendwie ein bisschen anders aussieht, wie ich finde. Also dahingehend, auch da hat er geliefert. Obamacare war ihm ein großer Dorn im Auge, wollte er abschaffen, hat er nicht ganz geschafft. Er hat aber einiges dran geregelt. Dann, er hat versprochen, dass er den Supreme Court, also das oberste Gericht in den USA mit konservativen Richtern besetzt, hat er tatsächlich gemacht. Zuletzt mit Mrs. Bennett, die er dann ins Amt sozusagen eingeschworen hat. Und damit hat er auch hier tatsächlich geliefert. Und dann das berühmte Thema, populistisch wie es war, die Grenze zu Mexiko. Und da muss man sagen, auf der einen Seite, ja, er hat geliefert. Also es wurde tatsächlich ein Zaun, eine Mauer gebaut. Er hat aber auch immer gesagt, dass es die Mexikaner zahlen werden, diese Mauer. Das ist nicht passiert. Das ist falsch. Da hat er nicht geliefert. Da hat er dann geflunkert. Da wurden jetzt Gelder vom Pentagon umgeschleust und viele tausend Kilometer sind noch offen. Mal gucken, ob er da tatsächlich noch liefert oder ob das nur so eine Art Fassade war, um da ein bisschen zu sagen, ja, ich habe es noch geliefert, aber in Wirklichkeit ist da noch relativ viel offen. Ja, ich bin immer ein Freund davon, nicht seinen Charakter zu beurteilen, sondern eher seine Taten. Und da muss man sagen, da war ich bei der Recherche tatsächlich teilweise überrascht. Vor allem über den letzten Punkt, nämlich er hat keinen Krieg begonnen. Ja, nämlich alle Präsidenten vorher haben Kriege begonnen. Und auch Obama hat die eine oder andere Wahlversprechung dann irgendwann vergessen. Wir erinnern uns nur an Guantanamo. Das wollte er eigentlich schließen, ist bis heute im vollen Betrieb. Aber er hat tatsächlich keinen Krieg gestartet. Nein, er hat sogar Frieden geschaffen, wie versprochen, zum Beispiel mit Israel und dem Bahrain, mit Israel und den Vereinigten Arabischen Emirate. Da hört man relativ wenig, da muss man wirklich sagen, Chapeau, weil das hat noch keiner vorher geschafft, den Nahen Osten teilweise zu befrieden. Oder genauso, er war der erste US-amerikanische Präsident, der den Fuß auf den Boden Nordkoreas gesetzt hat und tatsächlich zu einer Beruhigung und nicht zu einer Eskalation geführt hat. Ja, wir erinnern uns, wie die Medien da schon geschrieben haben, zwischen Nordkorea und den USA, es wird einen dritten Weltkrieg geben. Ja, nichts von dem ist zum Glück passiert. Ganz das Gegenteil ist geschehen. Und darüber sollten wir doch alle glücklich sein, dass die Welt näher zusammenrückt, dass nicht noch mehr ein Pulverfass hochgechest wird und da Gefahr in sich birgt, dass es dann tatsächlich auch dann explodiert. Und klar, man ist doch nicht am Ende mit Nordkorea oder auch mit anderen Staaten, aber es ist die richtige Richtung, in die es geht. Und da kann man das doch nur unterstützen, egal wie man zu Donald Trump steht. Das muss man ihm wirklich anerkennen. Und da, wie gesagt, würde ich mich auch natürlich freuen, wenn die Presse über ihren Schatten springen würde und dem sozusagen auch gerecht werden würde, man sagt, okay, das lief tatsächlich gut und nicht nur immer dieses Trump-Bashing betreibt. Und im Zuge dessen ist auch ein weiteres Versprechen von Trump erfüllt worden, nämlich, dass er die US-Truppen nach Hause kommt. Davon können auch viele deutsche Gemeinden ein bitteres Lied singen. Er holt die US-Soldaten tatsächlich nach Hause aus Afghanistan, aber auch aus Deutschland und anderen Teilen der Welt. Die Stallvorlage zu einem Iran-Krieg hat er tatsächlich nicht wahrgenommen. Das möchte ich nochmal betonen. Wir erinnern uns an die Ermordung von Solmany. Wir erinnern uns auch an die Angriffe auf die Tanker, die durch Iran getätigt worden sein sollen. Wie auch immer, dazu hätte ich auch mal ein Video gemacht. Aber Fakt ist, andere Präsidenten hätten das vielleicht auch von derselben Partei oder von einer anderen Partei als Elfmeter tatsächlich sicher verwandelt. Er hat es nicht getan. Und da muss man wirklich sagen, Chapeau. Ja, was ihm angekreidet wird, ist natürlich das Versagen während der Corona-Krise, dass er da falsch gehandelt hat. Das werden wir sehen. Ich meine, die USA hat hohe Fallzahlen, hat hohe Todeszahlen. Das wird ihm auf jeden Fall Stimmen kosten. Und auch da werden wir erst im Rückspiegel der Geschichte sehen, was dann tatsächlich die falsche oder richtige Entscheidung war. Also er will natürlich keinen Lockdown machen. Er will die Wirtschaft nicht in den Selbstmord treiben, was ich verstehen kann. Weil da werden die Kollateralschäden natürlich immens sein. Und es würde ihm natürlich auch noch mehr Widerstimmen kosten. Auf der anderen Seite hat die USA auch viele Leute, die gegenüber Corona skeptisch sind. Das heißt, da wird er auch wieder Stimmen bekommen. Da ist halt die Frage, genau, wird es sich ausbalancieren? Wird er mehr Stimmen verlieren wie gewinnen? Aber das werden wir gleich im vierten Punkt besprechen, nämlich bei meiner Prognose, bei dem Ausblick, wer wird gewinnen? Der eine oder andere Abonnent von diesem Kanal wird es wahrscheinlich wissen. Ich habe 2016 bei NTV an der Börse in Frankfurt zum Entsetzen der damaligen Reporterin Trump als Sieger prognostiziert. Und so ist es dann ja auch gekommen. Und für 2020 werde ich genau das Gleiche prognostizieren. Ich glaube tatsächlich mit aller Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump wiedergewählt werden wird. Es gibt drei Möglichkeiten, was passieren wird. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, die Varianz ist am größten, dass Donald Trump mit einem großen Vorsprung sogar zur Überraschung aller gewinnen wird. Und die Prognosen sich wieder als komplett falsch erwiesen haben, weil man hat die Silent Majority, die Shy Voters, also die verschüchterten Wähler, nicht berücksichtigt. Da gibt es eine spannende Studie, nämlich dass 79 Prozent der Trump-Wähler sich ungern oder gar nicht gegenüber von Freunden oder auch Bekannten oder Arbeitskollegen zu ihrer Wahlentscheidung äußern, weil man sich schämt dafür. Bei Biden sind es nur 23 Prozent. Und diese Masse ist bei vielen Umfragen überhaupt nicht inkludiert. Dann die Wahrscheinlichkeit, dass Biden gewinnt, sehe ich als sehr gering an. Also wenn, dann nur mit einem ganz kleinen, hauchdünnen Vorsprung. Und die dritte Möglichkeit natürlich eine juristische Auseinandersetzung, weil beide Seiten den Sieg des anderen nicht akzeptieren werden. Und dann werden wir das gleiche Dilemma haben wie damals zwischen Al Gore und George W. Bush. Entscheidend werden tatsächlich die Swing States sein, die Wankelkandidaten innerhalb des US-Wahlsystems, welches übrigens natürlich reformbedürftig ist. Darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen, weil sonst müsste man ein extra Video machen. Aber es sind die Staaten wie Idaho, Michigan, Florida, Pennsylvania und so weiter, die entscheiden werden, wer wirklich der nächste US-Präsident sein wird. Und momentan sind die Umfragen pro Biden, wobei, wie gesagt, ich glaube das nicht, weil wenn man sich zum Beispiel mal die Umfragen innerhalb der farbigen Amerikaner anschaut, da hatte Donald Trump 2016 gerade mal einen Zuspruch von 15 Prozent. Jetzt ist er weit über 30 Prozent. Da haben sich die Daten massiv verbessert. Aber auch bei der größten Wählergruppe, das sind 32 Millionen Hispanics, ja, also Exil-Kubaner, die generell immer konservativ wählen oder konservativer sind. Auch da ist er stark gestiegen im Ansehen. In Florida zum Beispiel auf 71 Prozent gestiegen. Biden steht gerade mal bei 23 Prozent. 2016 hatte Trump hier gerade mal einen Zuspruch von 54 Prozent. Also auch da sind die Umfragen gestiegen. Biden-Frauen kam er besser an. Und wenn man auch die Bilder sieht von den Wahlveranstaltungen, sieht man viele tausende jubelnde Fans, also der Enthusiasmus bei Trump ist größer als bei Biden, was eher an einen Stuhlkreis erinnert. Und übrigens bin ich nicht der Einzige, der das so sieht, dass Trump gewinnen wird. Es gibt noch ein, zwei andere gute Indikatoren, nämlich, da haben wir zum Beispiel Kevin McCulloch, der übrigens schon seit Jahren immer wieder richtig lag mit seinen Prognosen. Seit 2008 hat er alle Präsidenten richtig vorhergesagt. Bei der letzten Wahl 2016 hat er sogar bis auf einen Start das Wahlergebnis richtig prognostiziert. Auch der sagt, Trump wird gewinnen. Und zwar relativ deutlich, wie man an diesem Bild hier sehen kann. Dann aber auch die University of South Carolina, die hat ebenfalls gesagt, Trump wird gewinnen. Und dann das Democracy Institute, welches 2016 schon richtig lag, hat auch dieses Mal die Wiederwahl von Trump prognostiziert. Es gibt natürlich auch Gegenstimmen, zum Beispiel ganz berühmt Alan Lichtman, der seit 1984 mit seinen Prognosen immer richtig lag. Er sagt wiederum, Biden wird gewinnen. Also, wir werden sehen, was morgen schon, morgen schon und vielmehr dann am Mittwochmorgen bei uns, tatsächlich, wer recht behalten wird, ob Biden gewinnt oder Trump gewinnt. Aber ich möchte gleich mal eine Prognose wagen. Egal, wer gewinnt, es wird auf jeden Fall in den USA nicht besser werden. Es wird uns nicht verschonen vor dem, was kommen wird, nämlich in einer noch größeren Krise. Und es wird richtig knallen. Egal, welche Partei gewinnt, egal, welche Kandidat gewinnt, die Gegenseite wird auf die Straße gehen, wird randalieren. Nicht umsonst hat Walmart jetzt alle Waffen aus dem Programm genommen, weil man tatsächlich Angst hat vor Bürgerkrieg. Ich meine, sie erinnern sich an die Ausschreitungen in Portland, in New York und in Michigan und überall. Die Menschen sind damals schon auf die Straße blündern gegangen. Wir hatten die Black Lives Matter Bewegung, wir hatten die Antifa, wir hatten dann irgendwelche Patrioten und so weiter, irgendwelche anderen Menschen. Also, es wird auf jeden Fall richtig krachen. Und egal, wer gewinnt, wir werden das größte Stimulus, das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der USA sind. Wir werden sehen, dass die Schulden weiter steigen werden. Die übrigens, das war noch ein Wahlversprechen, das habe ich ganz vergessen, das Trump auch nicht eingehalten hat. Er hat nämlich gesagt, ich werde die Schulden massiv senken. Pustekuchen, die Schulden sind explodiert. Und deswegen ist egal, wer im Amt sitzt, ja, follow the money, die werden weiter Schulden machen müssen. Sie sind in diesem Zwangskorsett, ewig Geld zu drucken, immer neue Schulden zu machen, um das ganze System noch künstlich am Leben zu erhalten und das Geldkarussell am Laufen zu halten. Deswegen werden die Schulden explodieren. Momentan haben wir 27 Billionen US-Staatsverschuldung und unter Trump ist es so stark gestiegen wie noch nie. Und egal, wer Präsident wird, es wird noch stärker steigen in Zukunft, weil um die Konjunktur anzufeuern, werden die noch mehr Geld in die Hand nehmen. Wir werden Helikoptergeld sehen, nochmal einen Scheck, wahrscheinlich in doppelter oder dreifacher Höhe, 3, 4, 5.000 Dollar. Wir werden weitere Konjunkturmaßnahmen sehen, wir werden New Deals sehen und natürlich die Notenbank wird dem nicht nachstehen. Die Notenbanken werden noch mehr Geld ins System pumpen, um die Börsen nach oben zu chassen. Wir werden also einen Melt-up sehen, die Börsen werden explodieren. Also wenn Trump gewinnt, werden die Börsen nach oben sich katapultieren. Wenn Biden gewinnt, eher mal verhalten, aber dann, wenn er auch dann die Schecks verschickt und das Konjunkturpaket anstößt, auch dann werden die Börsen weiter steigen. Also eine Asset-Inflation wird weiter gegeben sein, der Dollar wird entwertet werden und die Assets, Gold, Silber, Immobilien, Aktien, werden weiter in die Höhe schnellen und vor allem natürlich auch der Bitcoin. Ja, genau. Also die Entwertung des Geldes wird voranschreiten, Assets, die limitiert sind, werden explodieren und da müsst ihr euch auch richtig positionieren. Da müsst ihr jetzt auf jeden Fall ein Standbein haben als Gegengewicht in Form von limitierten Werten wie Gold, wie Silber, wie Diamanten, wie Bitcoin, wie Minenaktien etc. pp. wie hier im Kanal schon oft propagiert. Wenn Biden gewinnen sollte, wird es eher Richtung Sozialismus gehen. Also Bedingungsges Grundeinkommen, Helikoptergeld, MMT, digitale Währung, die kommt auch mit Trump, wie gesagt, keine Sorge. Noch mehr Maßnahmen, Lockdown hat er angekündigt, die Finanzindustrie wird nicht sozusagen an die Kandare genommen, sondern wird aufgrund des Spendengelds natürlich weiterhin in ihrer Spekulationswut agieren können, um dann im Notfall gerettet zu werden von den Bürgern. Und vielleicht gibt es mit Biden auch wieder einen Krieg. Wer weiß, ist ja immer wieder beliebt als Konjunkturpaket, auch einen Krieg zu starten, gut für die US-Industrie, weil viele Unternehmen wie Lockheed, Martin, Boeing dann sich eine goldene Nase verdienen, wenn wieder die Bomben fallen und die Flieger irgendwo rumdüsen. Aber hoffen wir mal das Beste, egal wer gewinnt, es wird erst schlimmer werden, davon gehe ich aus. Die Krise, die kommen wird, die ich im Buch prognostiziert habe und auch hier immer wieder euch andeute, die wird, egal wer gewinnen wird, jeden treffen und wird massiven Einfluss haben und davon müsst ihr euch schützen. Ich würde mich freuen über euer Kommentar unten. Was glaubt ihr denn, wer gewinnen wird? Dann lege ich komplett meine Analyse falsch. Ich meine, schauen wir uns mal die Wetten an. Man kann ja online heutzutage alles wetten, wenn man da mal schaut, die Quoten für Trump sind verheerend. Also wenn man 1 Euro investiert, bekommt man bis zu 3 Euro zurück. Bei Biden sieht es besser aus. Der hat eine Quote von 1,50 ungefähr. Aber mal gucken, ob ich vielleicht doch richtig lag oder vielleicht doch nicht. Vielleicht muss ich mich auch übermorgen bei euch entschuldigen für eine falsche Prognose, die ich abgegeben habe. Aber mich würde eure Meinung interessieren. Wie steht ihr zur Wahl? Wie steht ihr zu Trump, zu Biden? Was glaubt ihr, wer gewinnen wird und welche Auswirkungen es haben wird? Ich freue mich über euer Kommentar. Ich freue mich über den Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt und natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst. Aber egal, wer gewinnt, egal ob Trump oder Biden, denkt immer daran, die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc. Ich freue mich über den Daumen nach oben.